Ich hab's geposht 2 sind auf 4 3 B mit Bombe Kann die Aare haben oder so? 3 hat ein Pistole, einer hat der AK Ah, window kommt glaube ich einer raus? Ne Oh window Einer ist Headshot Nice, 18 AP Bei uns wird einer, einer ist noch Ich bin low Oh mein Gott, alter Oh, schön Schade Oh, der ist der, der ist Was? Meinen sich ein 2 mit einer M4 Wow Nicht billig Schade 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 Ach, okay Ach, okay Schade Schade Ah, nice tunnels Ah, fuck Ah, fuck Der Busch Einer ist window Einer ist window Einer ist window Einer ist CT Ja letzter Letzter CT Er kommt 35 CT oder wo jetzt? Ja CT Schön Ich meine gleiche Leute Ich denke Schmerz 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 Einer war lang Einer spiel Ich bin immer noch wo lang Stop Drei lang, drei lang Ich habe alles, was auf dem wir passiert Mein Gott Shot glaube ich halt noch Und long Ja, der guckt dich an Joll Ja, durch, alles klar Ja, deadshot Sollen wir noch ein Time aus? Ja, ich mach Ja, tut's Fast nett Oh, wer spielt da noch B90? Beste Waffe Fliegen Ab B90 Ist einfach auf B1 Das B1 Das B1 Das B1 Aber T1 Das R1 Er hat gewonnen Er hat gewonnen Aber sie ist gut Wir müssen die Hacks restarten, er hat sie erfasst Jo, auf jeden Fall Aber man Überhitzen halt mal schnell Pfff Hatte ein bisschen gelackt bei ihm Ja, die waren zu schlecht, da musst du dich neu runterladen Ne, was ist denn Hallo, der 3-Tode Wird ja alle killen können 12-16 12-4, der muss anhaben, ey, es geht ja gar nicht anders, ey Oh, der ist nirght. Was? Hopp. Ich bin nirght nirght. Der ist nirght. Wo ist die Kanate? Ich geh mal auf den P. Da ist keiner down. Natürlich gibt der sofort. Äh, zwei, drei lang. Einer hat 40 AP. Alle vier lang, alle vier lang. Sehr cool. Einer 11 kommen. Werde nix. Sind die Pit oder was? Oder burschen die schon? Also die sind alle eigentlich schon raus aus Doors. Oh, schön. Boah, schön. In letzter Zeit so scheiße, aber mit Abel geht irgendwie besser rein. Abel geht immer rein. Boah, ne? Ich will schon Flickshotten. Äh, Bloop. Container da. Ah, jawoll. Flickshot sind halt. Ich hab den angehettet. Ach, das war der mit 40 AP. Wow. Genau. Kannst du mir in deinem 4-Dropen-Striker? So. Klar. So jetzt, ich bin loggert. Ach so, gut hast du bekommen. Der neu ist nice, hatte ich doch schon eben. Mit Tricken. Ah sorry. Die pushen. Die pushen. B, 4, 3. Tschüss. Die pushen sich. Die pushen sich. Die pushen sich. Fuck. Bekug. Schade. Kann ich mich mal in zwei Fracks, was man immer machen will. War aber auch richtig behindertfrei, das hätte ich eigentlich machen müssen. Dann schnapp wir auch für Luft. Ich habe das nur geflückt! Ich habe das nur geflückt! Boah, schön! Du hast nur geflückt! Meine Diegel! Er hat 80 Apfee Einer an Lauter Tanen ist 50 Apfee Lauter hat 70 Apfee Es war Er hat 70 Apfee oh let's go come on im of p im of p im of p salty we are salty er hat flamet irgendeiner von euch rein oder was ne steht im jet zolt ja aber zolt sie wenn einer rein flamet so eigentlich niemand chill geht rein schicken heute ne aber tunnets er geht zurück so steht noch einer ja ich hab was gehört im rest of the back oh nein t spawn t spawn hat 2 ap ja letzten beiden t spawn treff letzter auch t spawn 2 ap ja erinnerts t spawn letzter 2 ap könnt auch voll lang stehen jetzt höh das nüscht euch grad das hä der ist irgendwo hier hin war der suicide runter ne der ist hier vorbei gelaufen dann ist der suicide runter da hat auch in den spot gerannt ja muss b sein ja echt jo alter oh man lass mal defusion bitte red blöse stehlen wie ist das für 3 knife du machst dazu ein weil ich cool bin er hat 3 knife ich hatte mal 6 knife er hat 3 knife er hat 3 knife du hast es mir gegeben die seite war einfach nur scheiße wenn du dich rachst wie sowas funktioniert ja wenn man bei jeder anderen seite musst du zwei mal bestätigen bei der nur beim trade-off geil gg bleib dich das aber nur davor wow bin voll was hattest du? rave oder? da 3 knife äh penile session ok hier schon gesaved die machen mit zu b guck meine p90 der geht einfach rein guck meine p90 wer ist? wo ist denn der andere? wo ist denn der andere? das war so ich kenne mal die abe hier auch mal die4ah sie books mal so ich kenne mal die abe hier steve? hallo Streichs? Jo. Okay, warte mal. Ja, die AK. Immer noch T-Spawn. Oh Gott. Ich bin wieder weggegangen. Naja, bleib def, bleib def. Lauf. Er hat Hit, glaube ich. Ja, können wir jetzt herausfinden, ne? Ja, er hat Hit. Kann ich mit der AW Hit gehen, wenn ich nur seinen Hit sehe? Cool. Ich hoffe, ich werde LE, das wäre richtig. Äh. Okay, 3 WP sind vor. Top. 3 WPs gleich easy win, hallo. Was los? LOL, ja, okay. Mit der raus, oder? Einer ist mit der... Oh, er hat Headshot, er hat Headshot. LOL. Oh, in Smoke. Ich glaube, die haben keinen Bock mehr in den Typen. Besser für uns. Oh, ja. Der hat geimpft. LONG BRA. Ah, ey. Der Timelagg, ey. Oh, chicken stuff. Ja, einer ist noch Appertanz. Seht ruhig da raus. Einer ist Schott. Warum geht der Schottet? Vielleicht hat er Lust. Ich glaube es nicht. Oh mein Gott, der letzte Schott. Oh. Was gut lief. Der nächste dürfte der eigentlich sogar down sein, ne? 13 HP. Okay. Ey. Ich esse sofort die Haya. Ja. Das Kugli machen soll. Kugli wachbar? Das Kugli. Das Kugli. Das Kugli. Das Kugli. Ja, los. Noch einer. Natürlich ist noch einer T-Spawn jetzt. Weil wer moved. Ja, einer nach T-Spawn. Glaub ich Richtung B gelaufen. Ah, das ist ja wirklich. Leider gut B von T-Spawn aus. Letztes. Äh, BT. TB. BT. Das Kugli. Ja, Bombe ist lang da auch nur, oder? Ich glaube Schott kommt, oder? Ja, kommt. Wer ist lang? Wer ist lang? Wer ist lang? Wer ist lang? Ich weiß nicht. Nee, kann er nicht mehr gehen. Tag. Oh. Nur den Neifen. Sag das vorher dann. Warte, wer will die AWP? Die Runde. So. Vier AWPs. Na ja. Ich konnte schütteln. Easy, oder? Na ja. Wieso spiel der dann D2, Alter? oh man weil er damit eigentlich von den skill kompensieren will die map ist so behindert aber die mitte 4 ja mitte was Weißt du was? Oh, B Er läuft, da gab es einen mit Ja, noch einer mit unten Ja, noch einer mit unten Ja, noch einer mit unten So, ja, ich kann nicht flashen Was? Ich hab doch geshofft, Mann Jawoll Schön Na, schön abporten Na gut, dezent gegen Karrie Eint flex and chill Schön gemein, ja Ah, ist das schon die älbeste Hälfte rum? Was ist gegangen, Flood? Wie ein Geradsfatz hier Was ist er? Wo 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 ist er? Er macht High five Ja, Mitte sind zwei Einer ist nach B verschoben Jetzt hör ich wieder alles, Mann Schau mal, wenn ich austet, Mann Ja, Mitte sind zwei Leute B ist einer Hab ich eigentlich Mein Gott, mein Leben Der Einer steht in der Kante Ist jetzt mit dich Kommt dran Oh, okay Oh, oh Er ist hart Äh... Ah Einer ist Mitte Und einer war lang Na ja, jetzt Jetzt sind wir Jetzt sind wir heiß Echos Egal So Echos Echos Und was postest du die ganze Zeit rein? Picken Echou Echos Okay, zwei Leute Mitte Einer Scout Und Schwestern Und Schwestern Juh, ne? Echos 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 Na gut, Alter, was er drückt Ich glaube, wir könnten eigentlich easy lang pushen, weil wenn immer zwei Mittel stehen Junge, was machst du, Mann? Was postest du da für Accounts, wenn man trist Brothers, um dir einen zu keulen oder was? Was machst du? R 토�atz Echos Na gut Na gut Echos 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 Auch nicht, oder? Oder okay Ich würde es heute noch eh nach Hau mal, Daniel, ich muss mich mal hier hoch I know Hau mal deine Steps, bitte Viel einfacher Okay, gehen wir hier vorne, ehrlich Ich hab selber den Netflix, Alter, wusste auch nicht Ja, guck das Ey, hau mal was vor Habt ihr alle gekauft? Nö Ich hab ne AK Alter, hau ab, hau ab Das ist eh ne Dreck-Sau Das ist eh ne Dreck-Sau Werde ich verschieben Nice, bin low Danke seiner Will, komm lang, Hilfe Ja, ich bin gerade Okay, ich hab ihn, ich hab ihn Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn Ja Hey, ich hab mich immer so dumm an So, das sah an, als ob du deine Nasen halten würdest Oh Oh Ja, das sagen wir viele So Ey, man auf Mitte Oh, natürlich steht er da. Ja, der ist short oben jetzt. Will jemand noch auf? Ja, ich hab einen. Hey, lol, kannst du mich eben nicht hören, warte, kannst du mich jetzt hören? Nein, Mann. Alter, konnte sich gar nicht. Ah, jetzt hörst du mich aber, oder? Ja? Lol, ich war die ganze Zeit schon gemutet, Alter. Ja, nein, wirklich? Wow. Ich red schon die ganze Zeit, weißt du? Ich wundere mich schon so, wieso du mir bei Steam schreibst. Oh, wird da einer da? Bin da zum Reden. Nein, ich hatte mich gemutet auszusehen, ich wusste nicht, wenn du... Also, ich hatte das natürlich auch noch, so nach 10 Sekunden dachte ich mir so, okay, ja, ich bin wohl gemutet, aber... Ja, gut, ne, das ganze Spiel war das jetzt so. Ja, aber ich dachte, wenn das rote Lämpchen am Headset leuchtet, ist man nicht gemutet. Warte, was hast du denn so auch Razor-Karken? Was? Ne, ich hab... Das Logitech G35. Bei mir ist wenn rot, dann gemutet. Bei mir ist rot mutet. Deswegen. Das hat mich irritiert. Mir auch. Wusste ich vorher nicht. Egal. Was wird? Junge, meine Flash ist so Dreck, sorry. Aber du weißt ja noch, Kado, ne? Ja. Der stoffert ja immer so rum, ne? Ja. Ja, ja. Und dann hab ich halt auch dafür getradet. Okay. Ich weiß, einmal hatte der mich richtig lange vollgestattet, sogar eine Stunde oder so. Ja, Mann. Das ist ziemlich lustig, mein ich mach. Weiß auf, der mich auch nicht tropfen. Weil wir haben uns auch so letztens halt in der Stadt getroffen. Also ich, Kado, Hadebrand und die Seite wäre das. Und wir treffen eine Person am Stadt. Was? Abgelenkt. Egal. Abgelenkt. Ja, wir haben ja abgelenkt. Ich hab auch noch das beste Getrate Spraydown an den Tag gelegt. Spraydown. Äh, ich kann droppen. Ja, es können... Ja, es kann... Ja, es forschen bis zum bitteren Ende. Hier ist noch ne Tag 9. Oh, jetzt hab ich Pistolen gelegt. Oh, was ist denn bis zum bitteren Ende? Okay. Das war taktisch unklug. 3-2 Zugriff. Oh, 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 ich bin jetzt wieder richtig los. Alarm. Alarm. Äh, B-Window 1er. Komm. Wir rotieren schon von... Nein! Ich hätte jetzt wieder... Seht ihr euch noch? Ja, ich seh ihn. Ich seh ihn. Ich seh ihn nicht an. Ich weiß. Ich würde er schlechter werden. Ich seh ihn nicht an. Ich hab ihn nicht an. Ich hab ihn nicht an. Einseh ihn... Ungemein Recall, Mann! 8 7 sekunden minderwertig ja lächerlich alter das war doch nicht ich habe mich jetzt alle enden alter die sind mich jetzt lieber löschen ich bekomme keine freundschaftsanfragen er hat zwei mitte einer b und einer mitte ich habe 20 10 ich bin glücklich ich bin die einfach zu zweit mittel er hat er macht reich Klicken. Ah kack 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 kack. Nein. Da frisst er die Deagle irgendwie und so. Bauartanessen glaube ich auch an. Ooooooh. Metser der letzte ist kaum. Nein. Fuck nicht. Sie sollen die Deagle fressen, Alter. Leicht, schau durch. Leicht, durch. Vielleicht wird nicht. Was ist? Soll das durchschleicht, dass er das nicht rafft. Alter, der rafft dich. Ja, wenn du Spanisch beredest. Der war doch da eben. Jetzt geht's los. Nice. Okay, jetzt kippst du halt. Ja, jetzt haben wir lieber All of Meister. All of Meister. Oh, Junge, das war so ein geiler Spiel, ne? Ja, aber mit der Deagle eben, Alter, das war nice, ne? Jojo. Das sieht der schön. Den One-Tap in die Fresse und der Nächste. Und den hol ich so weg. Der Nächste passiert auch noch. Wollt ihr danach vielleicht noch ein Game machen? Ja, immer so. Ja, oder? Da müssen wir noch mal gucken. Einer B. Mal hinbekommen. Einer nur B. Einer nur B, okay, warte. Ja. Weiß it low. Ja, zwei B. Einer Tanks habe ich Gede 85. Nein. Ja, bleiben dann. Und ein Frems hat schon B. Ah, gute Flasch. Also A ist frei. Ja, Bombe ist down. Es ist meine Baustelle. Ich bin gefährlich. Ja. Da kann ich auf. Immer besser die A wurden. Ich habe da 25 gefehlt. Ich habe das selber. Boah. Ey. Weil der 25 appeal hat. Ey. Mann. Nöööö. Der quer. Ich gute halt. Oh, der Master Box hat er. Oh, der Master Box ist einer. Cool. das war ein bot das war ein bot weil wir nur ein fliegschut lieb ja gibt mir die jetzt geht's los Da geben wir jetzt ein paar 1 Ich mach 5 Ja Mal locker 5, warte, pass auf Ich mach 5 Ich kass hier einen Schuss mit der AWP vorne in die Fresse Push natürlich 2, ruhig Na, nein Bei Tunnels, einer hat 50, ob Phil Ja, ich hab ohnehin an Du folgst, ihr wisst, was ich wieder Einer steht Man kann halt nicht alles haben Ja Alles, alles, alles Alles röhren blirrt Noch mal ne Runde, Deagle Na ja, immer noch Das, wenn die nicht mehr gewinnen Hier rund 30, 18 In Not spiel ich noch zielig, die Nein, ich komm mir grad zuvor, als würde ich mit Leo spielen Sonst lädst du deine Kumpel weg Ach, die Drecksau, weißt du Muss ich euch jetzt kurz überlegen Genau, Neo Äh, der hat aber einen Bann gekriegt, weil er gehackt hat Ja Naja, mit nem Kumpel von Neo Wir wussten zwar alle, dass er anhat, aber Dann hat er eine lange Zeit nicht mehr gespielt, dann hat sich den Hack nochmal neu gekauft Geht's halt So ein Idiot Ich fand sicher, dass er gehackt hat Ich würde nie mit Hackern spielen, das ist richtig behindert Weil, ich wusste es nicht Hacker so wie ihr scheiß Das nicht mal Er hat da mal gehackt und Spaß Naja Aber, dann wusste man auch nicht mehr was er macht Stand die Arbe Er hat ja auch so 5 Breaks an jedem Game Jaja, wo stand denn die Arbe Äh Die stand hinter diesen komischen Boxen Ich bin down Ich bin low Ey, nö, ey, Junge Der Typ fackt mich ab, Mann Ändern ist low AP Kugli verkommt Übermitte Der kommt Und seit dem No-Spread-Fix in CSGO Wow Macht Kugli irgendwie nicht mehr so viele Jump Shots Kugli ist low Kugli ist low Und seit dem No-Spread-Fix macht auch Ding Syrinx nicht mehr so viele Ähm Fracks im Lauf Ganz komisch Syrinx ist sowieso der größte Eck Ja 1-0 für Deutschland Ey, du wirst ja immer sagen, dass ich seit Scharf schüssen Ey, 2 long, 2 long Einer rechts, schon durch Rechte, jetzt ist mal einer schicken Ja? Ja Einer ist wieder auf A rotiert Komm bitte Oh, nice Noch einer rotiert, beides Ends auf A Ich hab's vorbleibe, Butterflatrix macht Na ja, gute Smoke Äh, einer 10 und einer Egal Ich plante Flink Wie doch ein bisschen Deft, Mann Ohne Witz will ich noch mehr runter Hier You're pretty Long geplanted, ne? Du kannst eigentlich jetzt Long gehen, dann hat sich das schon erledigt Ja Ja Ich bin Fracköl Ich bin schlecht mit AWP Hast du eben den B-Hop gesehen? Steve Hä? Nee Ja, ich schau' ab Da ist er, da ist er Ja Racky Und tschüss Wo ist die Drecksau? Wie die... Halt dich die Box aus? Jetzt noch ein Upray Upray zu LE Ich bin LE wieder Nice Oh, dead drop Ok, noch ne Runde Na doch Carry'n lass' ich mich gerne Ja, wo? Normalerweise muss ich für sowas Geld bezahlen Ich bin auch ein Idiot Äh, mir hast du ein paar Daubrakes zu verdanken, also... Ja, vielen Dank B, der B Na, diesen Upray, den hab ich mir aber auch ehrlich verdient Was ist denn jetzt? Äh, ich bin irgendwie aus der Lobby Warte, jetzt bin ich wieder drin Uuuuh Wer ist noch raus? Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le Wie geht's? Ja Egal, ich hatte einen Damage spiel Ja Oh, ne was? Ja, was angeht Ja, was angeht